Hi und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler-Zwergenfreunde, zu Darknissan. Oh, wir warten in der Pause. Auch gut. Warum auch immer. Ja, wir sind in den Blutbergen angekommen und müssen in diese Burg da oben. Was schwieriger ist als erwartet, weil die Burg durch einen Schutzschritt geschützt ist. Ein Keul und ein Holzschild. Ja, und wir sind auf das Lager der Inquisition hier gestoßen. Das wir uns erstmal angucken können. Die haben sogar Hühner hier, die wir freilassen könnten, um den Zeugbar zu ärgern. Also den Lagermeister. Der ist ja noch rechter Jungspund. Ja, hier ist ein Bandstrahler. Auf die Beinarbeit achten. Die Schultern gerade halten. Du bist hier nicht bei einer Wildforschlägerei in Praia. Okay, die sind ordentlich... Seid gegrüßt. Beim Trainieren. Die nehmen ihre Sache ernst. Pryos mit euch. Okay, das ist nur Tschüss sagen. Was macht ihr hier? Ich trainiere unsere Leute im Schwertkampf. Viele Mitglieder des Sonnenzuges haben kaum Erfahrung im Kampf. Ich trage die Verantwortung, dass sie sich nicht selbst das Schwert in den Bauch stoßen. Könnt ihr mir auch etwas kämpfen beibringen? Ich fürchte nicht. Ich darf nur die Mitglieder des Sonnenzuges ausbilden. Sprecht erst mit Farida oder dem Brustinquisitor, wenn ihr euch jetzt anschließen wollt. Ja, gucken wir uns erstmal fertig im Lager um. Ob hier noch mehr... Ach, Kaisalbel ist dann eher hier bei ihr gut draufgehoben. Also das können wir alles beim Zeugwart verkaufen eigentlich. Oder nicht unbedingt beim Zeugwart. Mal gucken, weiter hinten sollte der Gutshof dann noch sein. Und da sind Eidbeersträucher. Stahl und koscher Stahl. Ich versuch mein Bestes. Also ja, das... So Materialien, die nicht alchemistisch sind, die wir vor Krim tragen. Und ja, da ist wieder unser Tellerhelm. Da hat sie wenigstens etwas auf dem Kopf, warum es wirklich aussieht, eine Elfe mit einem Tellerhelm zu sehen. Ah, die Gulmon T zu ihr. So, da wollten wir ja mit dem Brustinquisitor reden. Mit dem Balmstrahler haben wir, glaube ich, schon geredet. Der hat nicht viel zu sagen. Pryos mit euch, Fremder. Ich wollte nur mit ihm reden. Der Großinquisitor hat jetzt keine Zeit. Pryos mit euch. Ihr steht vor dem Großinquisitor, Armandula Canto Davania. Ihr nehmt euch entsprechend. Das ist ja ein Zuckenbrecher, Armandula Canto Davania. Ja. Okay, und mit ihm können wir gar nicht erst reden. Alles klar. Oh, die Duden, wir können ihn aber beklauen. Mal gucken, was hast du so in deiner Truhe? 20 Dukaten, ein Gurtist durch und ein Hexen. Schlechter Brief. Okay. Der Hexenschlechter, der Inquisitor fug, wessen halben kochest du das Herzesblut der erschlagenen Akranomanten? Und der Deliquent sprach, zusammen derokristalle des Herzesbluts, die tragen aller Zauber. Mhm. Ja, das ist irgendein Text aus den Inquisitorischen Akten zum Prozess der Pryos-Kirche gegen den Hexenschächter von San Parinor, der 697 Bosparas Fall 5 Zauberkundige tötete und die Blut sammelte. Aufbewahrt in den Bleinkammern des Tempels der Sonne von Gareth. Okay. Nett. Aber ja, gucken wir mal, ob Kledis ihn nicht dazu überreden kann. Hey, halt! Das ist unser Vorratsmagazin. Da kann nicht einfach jeder reinmarschieren, der will. Hey! Ich seh mich nur etwas um. Ach ja, hey, ich habe genug in die Ohren, hey, ohne dass sie hier rumschleicht. Erst gestern wieder hat irgendwie irgendeinen Nachkopf das Hühnergehege nicht geschlossen. Hey, und ich musste alle einsammeln. Ja, versuchen wir es mal mit Kledis. Ich bitte keine Schirrereien machen. Mich dürstet es nur ein wenig nach einem Schluck Wein. Ach, ich würde alles für sich nicht das Traubenblut geben. Hey, ja, Traubenblut. Also gut, schlüpft schnell an mir vorbei. Wird schon keiner merken. Und ja, das macht Kledis, weil das fällt da nicht so auf. Auch wenn es eigentlich auffallen sollte, dass wir hier Fässer zerschlagen. So, Quellwasser zu ihr. So, jetzt könnten wir theoretisch ihr der Hexe den West weit bringen. Könnten uns aber auch erst hier mit dem Feuerfliegen prügeln. Und das Goldmond einsammeln. Und das Goldmond einsammeln. Mein Atem geht ruhig. Giftzähne hast, glaube ich, auch du, oder? Ja. Lass dich treiben. So, da hier Feuerfliegen waren. Ist hier sonst nichts. Okay. 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 Hier ist ein Hexenbaum. Braber Hexenbaum. Da sind Bandstrahler unterwegs. Also eine Patrouille. Und da sind die Einbeersträucher hinter dem Lager noch, die ich gesehen habe vorhin. Die Sache ist halt, die für einen Heitrank bräuchten wir auch Zwie-Destillat, was wir erst kaufen müssten. Was man halt einfach nicht einfach so sammeln kann. Oh, Wölfe. Ich will zwar eigentlich keine Wölfe töten, aber die werden mir nicht freundlich gesonnen sein. Das war der falsche Zauber. Nein, du sollst einfach reinen. Warum kannst du zur Zeit keine Zauber benutzen? Ah. Ja, gut. Ich verstehe. Ein Grund, warum wir keinen Topfhelm anziehen sollten. Auch wenn ein Topfhelm ziemlich gut schützt. Du, deine Lederkappen übrigens auch, ob du es nicht gerade gabst. Metall verhindert Zaubern. Also Metallrüstungsteile. Ja. Oh, da oben sind noch mehr Einbeer-Streicher. Ja. Da hinten leuchtet was. So. Na komm, die paar Seen und so, die behalten wir mal. Oh, das heißt, wir gehen erst mal die Einbeeren da oben pflücken. Auch wenn hier Ronquas Handlanger rumschleichen, ist das da unten der Gutshof? Sieht eigentlich fast danach aus. Oh, komm, wenn die Räuber Handlanger sind, schalten wir die auch gleich aus. Oh, es sind doch vier. Ich hab gedacht, es wären nur drei. Aber egal. Es sind fünf. Lass das mal vorgrimm machen. Ja. 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 und dann nicht gut. Und deswegen ist es ein besseres für Medictus? Ja. Okay, mal sehen. Was habt ihr Schönes dabei? Geld. Das ist immer gut. Ein einfacher Verband. Okay. Ja, das sieht nach dem Gutshof aus, den es hier gibt. Auch wenn der auch vom Feuerfliegen belagert wird, so wie es aussieht. Sie braucht bald neue Pfeile. Gut. Okay. Hier. Hier wächst noch jede Menge Bullmond. Ich muss ja halt sagen, im Augenblick, was unsere Leute, die wir in der Gruppe haben können, hergibt. Habe ich Gwendala lieber als Rulana. Eben wegen ihrer magischen Fähigkeiten. Sagen wir so, ich könnte Vorgrim durch Rulana ersetzen, aber das ist Vorgrim. Hallo, Bandstrahler. Dann erkunden wir noch hier unten. Oh, zwei Bären. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.